Willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial zu DMX-Ctrl 3. Ich bin der Stefan. In den ersten Videos zum Fanning habe ich euch gezeigt, wie das Fanning in DMX-Ctrl 3 grundsätzlich funktioniert. Mit diesem Video gebe ich euch einen kurzen Überblick über die Fanning-Operatoren, die mit Stand DMX-Ctrl 3.2.1 verfügbar sind. Eine ausführliche und aktuelle Übersicht findet ihr darüber hinaus im gleichnamigen Artikel in unserem DMX-Ctrl-Wiki. Um euch die aktuell zehn verschiedenen Fanning-Operatoren zu zeigen, habe ich mal bei den Geräten ein bisschen aufgestockt. Auch wenn es sich hier um LED-Scheinwerfer handelt, beschränke ich mich darauf, die unterschiedlichen Fanning-Operatoren nur auf dem Dimmer anzuwenden. An allen anderen Stellen funktioniert das gleichermaßen. Es können sich höchstens nur bedingt durch die Funktionen die Wertebereiche verändern, in denen das Fanning genutzt werden kann. Hier braucht ihr dann auch nicht verzweifeln. Schaut euch daher in Ruhe das entsprechende Tooltip an. Hier seht ihr, was, wie, wo, mit welchen Werten zulässig ist oder eben nicht. Und damit ich mir jetzt gleich bei der Vorstellung der Fanning-Operatoren nichts kaputt mache, habe ich mir eine kleine Q-List vorbereitet. In der Spalte Kommend seht ihr, was ich als Wert für den Dimmer im Device-Control für den Dimmer der Gerätegruppe MSP G1 eingetragen habe. Beginnen wir also mit der Gruppe des linearen Fannings bei 0 kleiner als 100. Die Helligkeit reduziert sich gleichmäßig von 100% auf der linken Seite bis 0% ganz rechts. Trage ich nun 0 größer als 100 ein, dreht sich die ganze Sache um. Und am besten seht ihr das, wenn ich nun mit der dritten Q die ersten beiden Fanning-Operatoren einmal übereinander lege. Weiter geht es mit 0 kleiner als größer als 100 und 0 größer als kleiner als 100. Beide Fannings lassen die Helligkeit zur Mitte hinzu bzw. abnehmen. Kommen wir nun zu den beiden alternierenden Fannings. 0 Raute 100. Hier haben wir einen stetigen Wechsel zwischen 0% und 100%. 0 zweimal Raute 100. Das zweite Raute-Zeichen sorgt dafür, dass die Anordnung entsprechend gespiegelt wird. Nämlich in diesem Fall zwischen den Geräten MSP 8 und MSP 9. Dies ist auch der Grund, weswegen ich hier in der Stagio einen größeren Abstand zwischen den Icons gelassen habe. Ansonsten wechselt die Helligkeit pro Gerät weiter zwischen 0 und 100%. Damit ihr seht, was ich meine, habe ich jetzt gerade nochmal in dieser Vergleichsszene unten das einfache alternierende Fanning mit nur einer Raute eingeblendet und oben weiterhin das Fanning mit 0 zweimal Raute 100. Die nächsten Fannings teilen die Ausgabe. 0 senkrechter Strich 100, linke Hälfte alles dunkel, rechts Dimmer auf 100%. 0 zweimal senkrechter Strich 100, das vorherige Bild wird nochmals gespiegelt und dann auf die verfügbaren 16 Geräte innerhalb der Gerätegruppe angewendet. Auch hier liegt die Spiegelachse in beiden Fällen zwischen den Geräten MSP 8 und MSP 9. Zum Schluss haben wir noch den Operator für das zufällige Fanning. Hier müsst ihr wissen, mit zufällig meine ich hier wirklich zufällig. Dem X-Control 3 berechnet die Zufällswerte bei jedem erneuten Start der Cuelist neu. Das sieht dann wie folgt aus. 0?100. Dem X-Control 3 berechnet für alle Geräte zufällige Werte für die Helligkeit im Bereich zwischen 0 und 100. 0?100. Hier kommt wieder die Spiegelung zwischen den Geräten MSP 8 und MSP 9 zum Tragen. Der Rest bleibt aber weiter zufällig. Hier könnt ihr beide Fannings mit dem Fragezeichen nochmal im direkten Vergleich sehen und bestimmt habt ihr gemerkt, dass beim Aufrufen dieser letzten Szene, dass sich die Helligkeitswerte für die Gruppe MSP G1 nochmal geändert haben. Das wären wie gesagt die zehn Fanning-Operatoren, die in dem X-Control 3 2 1 verfügbar sind.